Ja, also wir können, glaube ich, rundum zufrieden sein, wie es aktuell läuft. Und ja, es ist natürlich aber auch, wie gesagt, oder sollte auch Antrieb dafür sein, dass wir weiterarbeiten. Und da liegt die Gefahr, dass wir einfach wachsam bleiben, dass wir wissen, was uns dahin geführt hat, warum wir vielleicht aktuell vielleicht den schönsten Fußball spielen, jetzt auch erfolgreich. Das muss uns einfach die ganze Zeit immer bewusst sein, dass wir wissen, wie viel harte Arbeit dahinter steckt, damit wir einfach dieses Gefühl auch weiterleben können. Der Weg hat uns dahin gebracht und deswegen war es trotzdem wichtig, dass wir in Kiel diesen Dreier eingefahren haben, weil natürlich sind wir von diesem Weg überzeugt und natürlich weiß die Mannschaft auch, was sie imstande ist zu leisten. Das haben die Spiele ja auch gezeigt, wie gesagt, bis auf Würzburg, wo wir keinen guten Taggewicht haben, aber auch da in der Relation muss man ja sagen, die Würzburger haben uns ja nicht an die Wand gespielt, sondern wir waren nicht gut und deswegen war das Unentschieden dann auch gerecht im Endeffekt, auch wenn es glücklich dann nachher letztlich für uns war. Aber die Spiele vorher oder auch gegen den HSV haben eigentlich gezeigt, was in der Mannschaft steckt, wie viel Qualität sie besitzt, was das Trainerteam doch für eine tolle Arbeit abliefert. Aber klar, wenn du dann keinen Dreier einfährst, dann kann es natürlich dann irgendwann mal in eine andere Richtung gehen, indem du vielleicht dann nicht mehr gut spielst und du vielleicht auch ein paar Fragezeichen hast, vielleicht auch mal ein bisschen was ganz, ganz wichtig ist oder war, dass wir in den letzten, ja, ich bin jetzt am 22. November, drei Jahre dann wieder bei der Spielvereinigung, dass wir versucht haben, wieder den Weg einzuschlagen, der die Spielvereinigung auch ausgezeichnet hat. Sprich, wir haben wieder vermehrt auf junge, hungrige Spieler gesetzt. Wir haben versucht, den Spielstil wieder zu verändern. Wir hatten, klar, am Anfang, als ich hergekommen bin, hatten wir puren Abschießkampf. Da ging es einfach darum, die Liga zu halten. Das haben wir geschafft, haben dann darauf versucht, die Mannschaft so zu verändern, um vielleicht da anzukommen, wo wir jetzt augenblicklich sind. Und das ging aber auch am Anfang bei Dami auch nur über ein Umschaltspiel. Also, wir waren nicht im Stande oder wir hatten noch nicht die Mannschaft, um letztlich diesen Ballbesitzfußball, diesen offensiv offensiv ausgerichten Fußball zu spielen. Also haben wir versucht, über Umschaltspiel wieder eine gewisse Basis, eine gewisse ja, eine gewisse fußballerische Komponente wieder reinzubringen. Auch da, vielleicht auch für unsere Fans, zum damaligen Zeitpunkt hatten Philipp Hoffmann und ein Serdar Dosen einfach nicht in das Spielkonzept gepasst, weil sie jetzt nicht unbedingt die Spieler sind, die Konterfußball spielen. In der heutigen Zeit würden sie vielleicht wieder sehr gut reinpassen, weil wir einfach viel mehr Ballaktionen im Sechzehner haben. Und da kommen natürlich ihre Stärken zum Tragen. Und das ist einfach ein Prozess, den wir Gott sei Dank in Fürth auch gehen können. In manchen Vereinen werden viele sehr, sehr schnell unruhig. Und werfen dann alles über den Haufen. Hier haben wir Gott sei Dank diesen Weg gehen können. Und ich glaube, ja, auch die Tabellenplatzierung seitdem, auch wenn wir letztes Jahr mit dem neunten Platz vielleicht auch enttäuscht waren. Aber es hat zu diesem Prozess oder zu diesem Weg einfach auch dazugehört. Die Spielvereinigung steht für eine bestimmte Art Fußball. Und im Grunde genommen sollte es immer so sein, dass wir immer den Trainer finden, der wirklich unsere Philosophie des Kurzbausspiels, Ballbesitz, Fußball attraktiv, Pressing, einfach mal ein paar Schlagwörter zu nehmen, der das dann am besten vermitteln kann. Und mit Stefan haben wir natürlich, ich habe ja gesagt, wenn wir uns einen Trainer backen könnten, dann würde Stefan und André und das gesamte Trainerteam irgendwo auch dabei entstehen. Und deswegen macht er das natürlich oder macht das Trainerteam das natürlich überragend aktuell. Und das zeigt sich nachher danach auf dem Platz. Die Spieler vertrauen, die Spieler glauben an den Weg auch. Und deswegen können wir diese Leistung abrufen. Ja, man sieht das schon im Training. Klar, wenn man jeden Tag dabei ist, sieht man natürlich, was wir alles nicht können, aber auch was wir können und wo es vielleicht auch hinführen kann. Aber klar, in Kiel, es war für mich dann auch spannend zu sehen, weil du verlierst gegen den haushohen Favoriten, HSV 1 zu 0, in meinen Augen sehr, sehr unglücklich. Aber die Mannschaft hat sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern man hat eher das Gefühl gehabt, dass sie es jetzt erst recht allen zeigen wollten. Aber es war trotzdem, ich wusste nicht, was passiert in Kiel. Wie reagiert die Mannschaft jetzt auf diese Ergebniskrise? Und ich muss sagen, wir sind bei uns geblieben. Die Mannschaft, der Trainer, wir haben nicht die Schuld bei irgendeinem gesucht, sondern wir haben versucht einfach, dass wir unsere Leistungen mit Toren und mit Ergebnis einfach dann auch umdrehen können. Und das haben wir auf beeindruckender Weise, muss ich sagen, dann auch hinbekommen. Ja, und was fühlt man, wenn man dann auf der Tribüne sitzt? Dann ist man einfach unfassbar stolz, unfassbar stolz, was diese Mannschaft mit dem Trainer letztlich ja auch in einer schwierigen Situation dann auch wieder hinbekommen hat. Wir haben es ja auch im letzten Jahr gesagt und auch das gehört ja alles zu diesem Prozess. Also wenn wir, wenn, wenn wir im November 2017 beginnen, dann hat man eine, eine Idee und dann bereitet man ja vor, egal ob das jetzt mit Spielern ist, wenn ich jetzt mal so ein Hans-Nuno Sapeisee oder auch ein Maxi Bauer oder auch ein Leveling, der dazu, oder ein Tillmann, den man jetzt dazu, oder ein Robin Kehr, die jetzt momentan vielleicht nicht die Hauptrolle spielen, aber die natürlich perspektivisch dann wieder eine tragende Rolle für die Spielfahrer im Spiel sind. Und das hat mit der Hierarchie genauso zu tun. Also wenn wir uns dann entscheiden für diesen Weg, dass wir sagen, okay, wie der Weg jetzt für Kalli, die endet jetzt hier nun mal sportlich, ja. Und das hat ja nichts für seine, um seine Verdienste zu tun, die er für diesen Verein hat, sondern man, man will ja auch weiterkommen in Fürth und letztlich dann auch Spieler weiterentwickeln. Und eine Weiterbeschäftigung für Kalli hätte bedeutet, dass ein Maxi Bauer, ein Paul Jeckel einfach weniger Spielzeit bekommen hätten, weil du dann vielleicht eher auf die Routine setzt, wie es jetzt ja aktuell auch mit Mergem ist. Und deswegen müssen wir diesen Weg auch gehen, dass wir dann sagen, okay, wir müssen Platz schaffen für die jungen Spieler, die wir, ja, über anderthalb, zwei Jahre im Schatten vielleicht dann auch von Kalli oder auch von Wittek, wenn man jetzt den David Raum sieht, hat herangeführt. Und das ist der Weg, den wir gehen. Da ist nichts aus dem Affekt oder irgendwie aus einer Emotion heraus, sondern da ist ein Plan dahinter. Wir verfolgen einen Plan und hoffen natürlich, dass wir mit unseren Mitteln den bestmöglichen Fußball spielen und natürlich so erfolgreich wie möglich. Und gleichzeitig müssen wir auch wieder Spieler hervorbringen, um irgendwann auch mal wieder Transfererlöse zu erzielen, weil auch das gehört zu unserer Philosophie. Ja, und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, deswegen da auch unter erschwerten Bedingungen mittlerweile, weil die Generation Adlung, Schröck, Felix Klaus, Nikolai Müller, da hatten wir eine goldene Generation. Und das war für Fürth schon wirklich außergewöhnlich. Und in den letzten Jahren hat sich in der Hinsicht auch noch mal vieles verändert. Er spricht, dass uns die Spieler schon in der U15 weggeholt werden, nicht erst mit 18, 19. Das erschwert natürlich ein Stück weit auch die Arbeit des NLZ unten. Und trotzdem versuchen wir diesen Weg weiter zu gehen und zeigen natürlich auch und wollen natürlich auch den jungen Spielern zeigen, pass auf, die Durchlässigkeit in Fürth oder das Vertrauen in junge Spieler entführt, ist groß. Das ist ja auch das Konzept, was wir verfolgen. Und natürlich muss es auch das NLZ stolz und glücklich machen, dass jetzt wieder ein David Raum Stammspieler ist bei der U21 ist, ein Maxi Bauer sehr nah dran ist, schon sehr, sehr gute Spiele dieses Jahr gezeigt hat. Ein Tillmann wieder da ist, der letztlich irgendwo auch diesen Weg gehen kann. Ein Leveling, der auf ghanaischer A-Nationalmannschaft, wie du schon gesagt hast, eine Einladung bekommen hat, auf Abruf bei der U21 ist, als 19-Jähriger. Wir sind da auf einem guten Weg, aber wie gesagt, das ist auch Verpflichtung für alle Jungs und für uns auch da auch weiter diesen Weg zu gehen. Und letztlich auch in diesem Prozess in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gewisse Fehler vielleicht auch mal einkalkuliert, den Jungs auch das Vertrauen gibt. Und denen auch die Gewissheit gibt, pass auf, auch wenn ihr mal ein Tal durchschreitet, wir sind bei euch und wir wollen euch letztlich irgendwo unterstützen, dass es dann auch wieder nach oben geht. Ja, ich gehe nie immer davon, nicht davon aus, aber wir müssen das, wir sind ja lange genug dabei, dass wir wissen, dass auch junge Spieler, um eine gewisse Konstanz reinzubekommen, natürlich durch Wellentäler auch gehen. Insgesamt müssen wir sagen, haben wir ja trotzdem eine sehr, sehr gefestigte Mannschaft. Wir haben, wir haben im Sascha Burschert einen 30-Jährigen, wir haben im Mittelfeld, was im Durchschnitt zwischen 24 und 25 ist. Wir haben in der Offensive mit Brane und mit Howie Nielsen Spieler, die 27 sind, die sind ja alle in einem sehr, sehr guten Alter. Und diese Jungs, egal ob ein Julian Green oder ein Sebi Ernst, ein Paul Seguin, auch jetzt ein Hans-Nuno Sapey, haben jetzt auch schon Erfahrung, obwohl sie noch relativ jung sind, haben trotzdem schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Deswegen, glaube ich, sind wir da gut aufgestellt. Und letztlich müssen die auch die ganz Jungen führen. Wenn ich unsere Ersatzbank sehe, dann sind die 21 und jünger. Also wir haben eine U21 auf der Bank. Und ich glaube, wir haben alle das Gefühl, egal, wen du einwechselst, der bringt einfach seine Leistung, ob es ein Stach ist, ob ein Tillmann ist, ob es ein Abjama ist, Leveling, egal wen du bringst, einen Barry in der Innenverteidigung, du kannst auf die Jungs verlassen. Und das ist ein gutes Gefühl. Naja, also das hat ja jetzt schon mit der Länderspielpause zu tun, dass wir natürlich wissen, es wird keine Winterpause geben. Es wird sehr, sehr eng und wir werden ja dann irgendwie am 2., 3. Januar im nächsten Jahr direkt schon wieder weiterspielen. Pokal, wissen wir jetzt noch nicht, 22., 23., je nachdem, gegen Hoffenheim, dass wir wissen, wann haben wir das letzte Spiel. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir eine Trainingsteuerung hinbekommen, dass die Jungs einfach für uns eine ganz veränderte Situation, mal keine Winterpause haben, keine Vorbereitung in der Türkei oder sonst irgendwas, sondern dass es durchgeht. Und ja, da hoffen wir natürlich, dass wir verletzungsfrei und gut durch den Winter kommen, weil es wird essentiell und wichtig sein für den weiteren Saisonverlauf. Das ist ja immer das Gleiche, wenn es ein Derby gibt, dann fängt man sehr früh an, über das Derby zu reden. Aber wir haben noch ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel gegen die Jänner aus Regensburg, die sehr, sehr unangenehm sind, die aus ihren Möglichkeiten auch immer wirklich Optimales hinbekommen, die eine andere Philosophie verfolgen, aber letztlich auch mit wenig viel machen müssen und das über die Jahre jetzt hinweg auch wirklich gut hinbekommen haben. Und deswegen gilt es da auch für uns bei aller Euphorie und bei allem guten Gefühl, was wir jetzt in der Länderspielpause haben, dass wir natürlich klar ab Anfang nächster Woche den Fokus komplett auf Regensburg, auf das schwere Spiel legen und auch wissen müssen, dass es ein ganz, ganz, ganz hartes Stück Arbeit wird, um die Regensburger wirklich dann auch zu schlagen. Wir wollen das und wir werden alles dafür geben, aber das ist alles kein Selbstläufer und wir freuen uns trotzdem drauf, dann anschließend gegen den ersten FC Nürnberg zu spielen. Ja, ist ein kleiner Kader, aber auch dem geschuldet ein Stück weit und das müssen die Leute draußen auch ein Stück weit vielleicht auch mal nachvollziehen können, wenn wir weniger Geld zur Verfügung, aufgrund von Corona, aufgrund dessen, dass wir eh schon begrenzte wirtschaftliche Möglichkeiten haben, dann bedeutet das, dass man klar auch am Kader ein Stück weit auch Spieler einsparen muss, damit man dann vielleicht auch Spieler halten kann, wie ein Brani, wie ein Seguin, wie und, 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 und. Also irgendwo muss das Geld hierher kommen, was ich den Jungs bezahle und wir wissen selber, dass das sehr eng ist und dass wir vielleicht auf der Linksverteidigerposition, dass natürlich da jemand Adäquates dann auch vielleicht fehlt, um, wenn der David mal eine Sperre hat oder sonst irgendwas, letztlich den ersetzen zu können, wobei wir auch dafür natürlich auch einen Plan haben, aber klar wäre es schöner, wenn man sagt, okay, wir haben da nochmal einen Linksverteidiger, den wir auch aufbauen wieder für die Zukunft, aber ja, das war dieses Jahr einfach bisher noch nicht möglich, das heißt aber nicht, dass wir nicht im Winter vielleicht auch nochmal was machen können. Also wir haben das natürlich im Blick, aber alles hat seine Ursachen und seine Gründe und wir sind uns aber bewusst, dass es ein sehr enger Kader ist. Ja, man muss das ja immer so prozentual sehen. Na klar, haben andere auch weniger und trotzdem haben sie immer noch mehr als wir. Das heißt aber nicht, dass es immer einfacher ist. Ich glaube schon, dass uns das zugute kommt, dass wir schon immer wenig zur Verfügung hatten und letztlich gucken müssen, dass wir damit klarkommen. Wobei ich glaube, dass die Auswirkungen, was diese Pandemie angeht auch vielleicht, dass die Spieler merken, okay, es gibt weniger Geld im Umlauf, der nächste Fernsehvertrag wird weniger Geld sein. Ich glaube, das ist noch nicht hundertprozentig angekommen. Das war auch die erste Transferperiode. Ich glaube, dass im Winter und im Sommer sich das dahin entwickeln wird, dass es dann auch bei den Beratern und bei den Spielern ankommt, dass es einfach weniger gibt vom Kuchen. Und wenn es weniger gibt, dann bedeutet das, dass auch sie weniger bekommen werden in Zukunft. Aber so weit war es dieses Jahr noch nicht. Es war einfach, diese Transferperiode war noch zu frisch. Ich glaube, alle Jungs, die wir haben, passen überragend hierher. Einige sind ja schon auch drei, vier Jahre da. Dann haben wir einige, die, wie gesagt, aus der Jugend kommen, die einfach diesen vierter Weg auch kennen. Den kennen, als sie vielleicht noch in der C-Jung gespielt haben oder in der B-Jung gespielt haben. Und ich glaube, da ist echt was gewachsen. Und man merkt auch, dass du das Gefühl hast, dass am liebsten würden sie alle da bleiben. Also niemand will jetzt die große, weite Welt suchen. Aber klar ist natürlich, dass diese Jungs Ambitionen haben. Und das ist auch okay. Die können mit uns diese Ambitionen haben. Und wie gesagt, wenn es dann noch größer sein soll, ja, dann ist es halt dann irgendwann auch mal so. Aber deswegen bekommen wir die Jungs auch. Und wichtig ist, dass sie sich einfach in der Zeit, wo sie hier sind, zu 100 Prozent fürs Kleeblatt letztlich irgendwo auch einsetzen und alles geben. Und ich glaube, das kann man die letzten zwei Jahre sehen, dass das schon auch so ist. Ja, insgesamt einfach jetzt unabhängig mal von den Geldern, die vielleicht weniger werden, die es letztlich dann auch zu managen gilt. Okay, wie wollen wir das vielleicht aufteilen? Ja, der Fußball insgesamt. Ich glaube einfach, dadurch, dass du keine Zuschauer hast im Stadion, geht einfach vieles verloren. Und die Gefahr ist natürlich trotzdem auch da, dass vielleicht viele, viele Fans auch sagen, okay, dann gibt es halt keinen Fußball. Oder wenn es dann wieder mit Zuschauern geht, dann fehlen vielleicht einige. Aber genau das ist das, wo wir entgegentreten müssen insgesamt, auch mit der Glaubwürdigkeit des Sports. Und da gehört natürlich dann auch vielleicht auch eine gewisse Transparenz, noch mehr Transparenz auch für die Fans, für die Zuschauer, für die Öffentlichkeit dazu. Wenn ich heute aber wieder sehe, dass sich irgendwie 15 Vereine aus der Bundesliga oder 14 aus der Bundesliga und einer aus der zweiten Liga treffen, ja, dann ist das eigentlich nicht das richtige Zeichen. Und das macht mich auch ein bisschen traurig. Wie gesagt, wenn es um die Verteilung geht, ist es immer so, dass mit harten Bandagen gekämpft wird. Und jetzt in der Zeit, wo es natürlich noch weniger zu verteilen gibt, dann werden die Bandagen noch härter. Aber gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, würde Solidarität dem Fußball insgesamt gut tun. Und wenn ich daran denke, wie es im März von vielen Großen, Seifert, Rummenigge, keine Ahnung, wo es dann hieß, okay, jetzt solidarisch sein und zusammenstehen, der Fußball muss zusammenstehen, dann finde ich das sehr, sehr unglücklich, was gerade passiert. Und zeigt letztlich irgendwo auch ein Stück weit, das ist wie eine Art Machtdemonstration der Großen, die dann sagen, pass auf, wenn ihr andere Ideen habt, was die Verteilung angeht, dann zeigen wir euch jetzt mal, wie der Hase läuft. Und das ist sehr, sehr schade. Und ich hoffe trotzdem, dass wir, dass wir gewisse Dinge trotzdem verändern können. Und auch da nochmal, es geht gar nicht darum, dass wir als Spielvereinigung oder dass die Kleinen jetzt so viel mehr bekommen, sondern es geht einfach um eine gewisse Balance. Weil letztlich, wenn Vereine sehr viel bekommen und andere sehr wenig, dann wirst du trotzdem mitgezogen, auch wenn du es gar nicht hast eigentlich. Und ich glaube, dagegen sollten wir angehen, dass wir einfach, dass wir einfach eine Balance reinkriegen und etwas mehr Gerechtigkeit, damit wirklich die kleinen Vereine nicht vor die Hunde gehen. Das ist die, das ist, das wird die größte Herausforderung sein. Und ich kann dir nur nicht sagen, wie die Großen das sehen. Es ist natürlich, also ich habe auch Verständnis dafür, dass der FC Bayern München natürlich mit Manchester City und mit Barcelona und mit Paris Saint-Germain mithalten will, obwohl einige Vereine, einige Vereine von denen ja von Staaten gefördert werden. Also da ist ja, da hast du ja eigentlich gar keine Chance, das auf normalem Weg letztlich irgendwo dann auch ausleichen zu können. Dafür macht es Bayern ja echt überragend, muss man ja sagen. Auf der anderen Seite dürfen die Bayern aber auch ihre nationale Liga nicht vergessen und müssen auch einen gewissen Blick auch für die Kleinen auch beibehalten. Und da weiß ich halt nicht, ob das immer so der Fall ist. Also ich verstehe die Nöte von FC Bayern oder den Antrieb oder die Konkurrenzfähigkeit, die sie brauchen, um international erfolgreich zu sein. Aber nichts macht Sinn, wenn es national nicht irgendwie auch gesund ist und wenn es national nicht irgendwie so ist, dass wir da auch wieder einen Wettbewerb haben, für den sich die Zuschauer letztlich nachher dann auch interessieren und den sie nachverfolgen und nachvollziehen können. Ja, das zeigt, sowohl da ja auch schon, ja, schon auch eine gewisse Schere da ist, ja, wenn man den HSV sieht oder die Absteiger, die dann, keine Ahnung, vielleicht das Dreifache bekommen vom Letzten. Aber natürlich, wenn du in Richtung Bundesliga gehst, wird es natürlich noch krasser und noch größer die Schere. Und deswegen, glaube ich, gehört es einfach, dass man darüber diskutiert und auch darüber nachdenkt, ob man vielleicht ein paar Parameter auch verändern kann, damit die Leute einfach wieder das alles nachvollziehen können. Es kann doch keiner mehr nachvollziehen, wenn einer den siebten Sportwagen fährt. Schwierig zu sagen, also ich war auch vor der Auslosung und habe gesagt, okay, was wäre jetzt das Beste? Natürlich wollen wir auch aus wirtschaftlichen Gründen natürlich die nächste Runde erreichen. Und ich hätte mich natürlich sehr über ein Heimspiel gefreut, ja, gegen vielleicht eine zweite Gießen oder vielleicht auch gegen eine erste Gießen. Aber irgendwas, wo du sagst, okay, zu Hause, vorbei. Also, ich meine, wir sind auswärts eigentlich ganz gut und mit Hoffenheim haben wir natürlich wirklich einen außerordentlichen guten Gegner erwischt, ja, weil ich schätze sie vom Kader, von ihrer Kaderstruktur, von ihrem Potenzial auch sehr hoch ein. Von daher wird es super spannend sein. Wir haben ja in der Vorbereitung gegen die gespielt, 1-0 verloren, haben aber, glaube ich, auch unsere Stiche da auch setzen können. Ja, und jetzt gucken wir mal, wir hatten ja so ein Los schon mal vor ein paar Jahren und ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich hoffe erstmal, dass wir die nächsten Wochen weiter so konzentriert und weiter unseren Stil beibehalten und keinen Zentimeter nachlassen. Ich glaube auch, dass die Jungs wirklich hungrig sind und dass wir trotzdem jeden Gegner, der jetzt kommt, der wird wirklich eine große Aufgabe für uns werden. Und auch da müssen wir müssen wir einkalkulieren, dass wir auch nicht jedes Spiel gewinnen werden. Aber ich hoffe, dass wir unseren Stil beibehalten, dass wir weiter so konzentriert arbeiten, wie wir es bisher machen, um einfach erfolgreich zu sein. Weiterhin erfolgreich, damit das uns einfach diesen Weg, den wir gehen und noch gehen wollen weiter, einfach ein Stück weit erleichtert und die Arbeit letztlich für uns, ja, die dann auch honoriert wird durch Ergebnisse. Und ja, dann haben wir das Pokalspiel, wo wir hoffentlich weiterkommen. Und dann haben sie drei, vier Tage frei, glaube ich, und dann geht es schon wieder weiter. Ja, und an euch Fans vielleicht nochmal ein Dankeschön einmal für die 2.000, die dann bei den Heimspielen da waren, die uns unterstützt haben. Wirklich eine geile Stimmung, aber natürlich auch an die ganzen anderen, die nicht im Stadion sein konnten. Wir vermissen euch und wir hätten euch natürlich alle sehr, sehr gerne bei uns und wir freuen uns auch, wenn diese schwere Zeit vorbei ist, dass ihr dann auch wieder mit uns zusammen diesen Weg weitergehen könnt, der Spielvereinigung. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Und da, da, da. Da, da, da. 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 Vielen Dank.